Meine Damen und Herren, ich glaube, wir fangen einfach mal an. Sehr herzliches Willkommen an Sie alle. Mein Name ist Felix Henkel. Ich darf Sie heute im Namen der Friedrich-Ebers-Stiftung Bayern begrüßen zu unserer Diskussionsrunde Alles ganz normal. Die Ergebnisse der FIS-Mitte-Studie im Lichte der Bayerischen Landtagswahlen. Wir nähern uns heute diesem berühmten Rechtsruck in Bayern, in Deutschland und der Frage, was diesen Rechtsruck eigentlich ausmacht. Geht es da vor allem um die politischen Kräfteverhältnisse oder bezieht sich dieser Rechtsruck auch auf andere Aspekte, die politische Sprache zum Beispiel oder vielleicht sogar die politische Kultur? Die Bundespolitik diskutiert ja im Moment über, Zitat, Abschiebungen im großen Stil und über, Zitat, physische Gewalt zum Stopp irregulierer Migration und auch im bayerischen Wahlkampf ging es sicher nicht zimperlich zu. Was wir heute Abend aber nicht machen, ist eine Wahlanalyse im eigentlichen Sinn. Dazu darf ich Sie auf unsere Publikation. Bayern hat gewählt von Marian Hummel verweisen, die Sie am Ende der Woche auf unserer Homepage finden. Und wir sprechen heute auch nicht über die mögliche Bedrohung der Demokratie durch die eine oder die andere Partei. Uns als politische Stiftung geht es um die großen gesellschaftlichen Trends. Wo stehen die Menschen? Wo sehen wir die Demokratie als Ganzes? Welche gesellschaftspolitischen Schlüsse ziehen wir mit etwas Abstand aus dem Landtagswahlkampf? Was sind unsere Erwartungen für die Zukunft der bayerischen Demokratie? Ich sage nicht ohne Stolz, es ist uns gelungen, zu diesen Fragen ein ganz herausragendes Panel zusammenzubringen. Aber bevor ich Ihnen unsere Panelistinnen vorstelle, erlauben Sie mir noch drei Vorbemerkungen. Diese Veranstaltung heute wird live auf YouTube gestreamt. Wir haben uns bemüht, technisch alles so einzustellen, dass Sie als Teilnehmende nicht sichtbar sind. Aber wenn Sie ganz sicher gehen möchten, könnten Sie den in Ihrer Kachel angezeigten Namen verändern. Und zwar so, dass kein Rückfluss auf Ihre Person möglich ist. Das geht mit einem Rechtsklick auf Ihr Bild oder Ihren angezeigten Namen und dann mit der Auswahl umbenennen. Sie haben die Möglichkeit, sich an der Debatte zu beteiligen. Wir haben zwei kurze Umfragen vorbereitet. Und Sie dürfen auch gerne Fragen stellen. Zwar direkt hier im Zoom im Chat. Dabei sind zwei Dinge wichtig. Bitte stellen Sie eine Frage, keinen Kommentar. Und ebenso wichtig, schreiben Sie bitte dazu, an wen Sie diese Frage richten. Sie müssen sich bitte für eine Person entscheiden. Sonst können wir den Punkt leider nicht berücksichtigen. Und dann vielleicht noch ganz grundsätzlich möchte ich Sie bitten, gehen Sie auch im Chat respektvoll miteinander um. Wir dulden auf unseren Veranstaltungen keine Abwertung von Menschen, aus welchen Gründen auch immer. Auch online behalten wir uns im Fall der Fälle vor, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen. Gut, aber jetzt zu unserem hervorragenden Panel. Wir präsentieren Ihnen heute nämlich drei ganz unterschiedliche Perspektiven. Einmal die Sicht der Sozialpsychologin und Expertin zu menschenfeindlichen Einstellungen. Sie ist Professorin für soziale Arbeit in Gruppen- und Konfliktsituationen an der Hochschule Niederrhein. und Mitherausgeberin der FES-Mitte-Studie, Frau Beate Küpper. Herzlich willkommen hier bei uns in Bayern. Frau Küpper, sind Sie da? Können wir Sie großstellen? Geht Ihr Mikro? Ich hoffe das. Hier haben wir Sie. Ja, hallo. Hallo, herzlich willkommen. Hallo nach Bayern. Dann die Perspektive der Politikwissenschaftlerin, der politischen Bildnerin und prominenten Kommentatoren der bayerischen Verhältnisse. Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tuzing, Frau Ursula Münch. Toll, dass Sie heute auch dabei sind. Vielen Dank für die Einladung. Guten Abend in die Runde. Und eine dritte Perspektive. Den Blick einer Kandidatin in diesen Landtagswahlen und Aktivistin gegen rechts mit Eindrücken vom Wahlkampfgeschehen und der politischen Auseinandersetzung aus erster Hand. Ich darf Ihnen vorstellen, die Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der sozialdemokratischen Frauen, Münchner Stadträtin und Vorsitzende von München des Bund e.V. Herzlich willkommen, Frau Maike Wengert. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den heutigen Abend. Schön, dass Sie da sind, Frau Wengert. Frau Küpper, wir fangen gleich mit Ihnen an. Denn kurz vor der Landtagswahl wurden die Ergebnisse der FES-Mittelstudie veröffentlicht, in der Sie unterschiedliche Facetten und Hintergründe demokratiegefährdender Einstellungen ganz Deutschland analysieren. Zunächst möchte ich aber Sie, meine Damen und Herren, im Publikum um Ihre Einschätzung zu zwei Fragen bitten. Schauen, ob das jetzt hier funktioniert. Ich sehe, es gibt jetzt schon eine rege Beteiligung. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, das Ergebnis ist eindeutig. Frau Küpper, als Expertin für die demokratische Integrität der Mitte. Was nehmen Sie aus dem Ergebnis mit? Ja, vielen Dank für die Umfrage und alle, die mitgemacht haben. Und ich fürchte, die vielen Menschen, die jetzt hier gerade gesagt haben, ja, sie fürchten einen Rechtsruck und das wird eine grundsätzliche Veränderung geben, die auch anhalten wird und die das auch als gefährlich für die Demokratie ansehen. Ich würde Ihnen zustimmen. Ich hätte das auch so abgeschätzt und ich zeige Ihnen ja gleich Ergebnisse aus unserer aktuellen Mittelstudie, die das leider bestätigen. Sie bestätigen das nicht für die Zukunft, das ist klar. Das ist eine Hoffnung, die damit verbunden ist, dass wir auch nochmal wieder besser werden können. Wir waren auch schon mal besser, was die Demokratie und die demokratischen Einstellungen betrifft und auch was den Konsens zur Demokratie betrifft. Aber im Moment ist es leider so, dass ich fürchte, die Personen, die hier so abgestimmt haben, das Ergebnis bestätigen. Ja, wollen Sie uns abholen, Frau Küpper, zu den Ergebnissen? Gerne, gerne. Vielen Dank. Wir machen das jetzt so, Sie hatten es vereinbart, ich mache einen kleinen Input von ungefähr zehn Minuten und dann haben wir ganz viel Raum für die Diskussion. Und vielleicht ganz kurz zu meiner Person noch einen Satz. Ich bin von Haus aus Sozialpsychologin. Ich mache das immer deswegen durchsichtig, weil wir auf das Thema aus unterschiedlicher Perspektive schauen können. Und das ist die Perspektive, die ich anbieten kann, nur dass Sie das alle einordnen können. Ich bin Mitherausgeberin und Co-Autorin der Mittelstudie im Auftrag der Friedrich-Ibert-Stiftung. Und ich werde jetzt meinen Bildschirm teilen, um Sie für zehn Minuten reinzuholen in die Studie. Ein paar zentrale Ergebnisse mit Ihnen zu teilen und dann haben wir Zeit für ganz viel Diskussion. Ich teile jetzt meinen Bildschirm. Ich brauchte mal ein kurzes Nicken, ob Sie das sehen können. Genau, wir haben in diesem Jahr die distanzierte Mitte. Wir machen Sie nicht alleine, wir machen Sie mit einem ganz großen Team unter Leitung von Professor Andreas Zick vom Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld zusammen mit vielen anderen Autorinnen und Autoren. Und dann müssen wir immer schauen, was sagt uns das Muster der Ergebnisse? Und wir haben uns relativ schnell darauf geeinigt, dieses Mal die distanzierte Mitte zu nennen, um auszudrücken, das, was wir meinen in den Ergebnissen zu uns spricht, dass Personen, die sich selbst auch der Mitte zuordnen und sich als Mitte fühlen, von der Demokratie sich distanzieren. Manchmal etwas kälter distanzieren, manchmal auch wütender distanzieren. Aber wir viele Menschen inzwischen haben, die nicht mehr so überzeugt sind von der Demokratie und sich ihr Misstrauen in Demokratie bis hinein in Zweifel oder gar Verachtung und demokratiefeindliche Einstellungen steigert. Das ist die Aufgabe, die sich die Mitte-Studie alle zwei Jahre gesetzt hat, in die Mitte hineinzuschauen und zu fragen, ganz bewusst mit diesem vagen Begriff der Mitte, wer ist denn eigentlich die Mitte? Also wir gucken uns bewusst nicht extreme Ränder an, sondern wir machen eine repräsentative Bevölkerungsumfrage, nutzen diesen vagen Begriff der Mitte. Die Mitte ist ja ein beliebter Ort, der wird politisch sehr beliebt. Viele Parteien adressieren die Mitte oder nehmen für sich in Anspruch, die Mitte zu vertreten. Und gleichzeitig sind wir ein bisschen wie die Antilopenherde. Mit dem Begriff der Mitte geht auch ein bisschen die Suggestion einher. In der Mitte ist es warm und angenehm und ungefährlich. Das Extreme ist irgendwie an den Rändern. Wir schauen regelmäßig dann hinein in diese Mitte und prüfen, wie demokratiefest oder vielleicht auch distanziert oder gar feindlich ist denn diese Mitte tatsächlich eingestellt. Ich mache mal einmal kurz den Bogen ganz groß, weil wir vielleicht am Ende in der Diskussion da nochmal darauf zurückkommen möchten. Wir reden in der Forschung und in den Füilletons inzwischen auch seit einigen Jahren von sogenannten Megatrends. Das sind Veränderungen, die wir nicht nur in unserem lokalen Raum oder nationalen Raum in Deutschland beobachten, sondern die im Prinzip weltweit beobachtbar sind. Das ist beispielsweise so etwas wie die Globalisierung, damit verbunden Migration. Das ist der Klimawandel, verbunden damit die Energiewende. Das ist die Digitalisierung, damit verbunden Schnelligkeit und für einige auch Unübersichtlichkeit. Corona war hoffentlich kein Trend, aber natürlich auch etwas, was wir weltweit sehen konnten mit seinen Folgen für Einschränkungen und so weiter. Der Krieg gegen die Ukraine, hoffentlich nicht der Krieg im Nahen Osten, ist auch etwas, was natürlich nicht nur hierzulande spürbar ist und in den Ländern, die jetzt unmittelbar betroffen sind, sondern weltweite Auswirkungen hat. Lange Zeit war es so, dass wir auch weltweit einen Trend der Demokratisierung beobachten konnten. Mehr und mehr Länder waren demokratisch regiert. Damit verbunden auch der Anspruch an die Vielfältigkeit, die wir immer schon hatten, Vielfalt in Bezug auf Herkünfte, soziale Herkünfte, kulturelle Herkünfte, genderbezogene Herkünfte. Wir waren schon immer vielfältig, aber der Anspruch, diese Vielfältigkeit auch zu respektieren, zu würdigen, Anspruch auch an Mitsprache, der ist gestiegen. Und wir können das ja auch in der Gesetzgebung sehen, wie wir, wir hatten gerade 75 Jahre Jubiläum des Grundgesetzes, das, was da an Würde und Gleichwertigkeit zentral drin steht, auch gesetzlich zunehmend umzusetzen. Und das vollzog sich auch parallel in den Einstellungen der Bevölkerung. Jetzt ist es so, dass das eben gerade bei der Demokratisierung, wir sehen müssen, der Trend geht nicht nur in eine Richtung, sondern der kann auch wieder zurückgehen. Inzwischen haben wir wieder mehr Menschen, mehr Länder auf der Welt, die autokratisch regiert werden. Und wir haben zunehmend auch Zweifel und Verachtung in Teilen und Zurückweisung von Vielfalt. Nicht unbedingt von Vielfalt, die da ist, aber von der Gleichwertigkeit der Vielfalt. Jetzt ist das so, dass Trends, diese Trends erzeugen Möglichkeiten und Chancen. Sie erzeugen aber auch Erwartungen und auch Gegenwehr von denen, die sich vielleicht dadurch in ihrer Vormachtstellung oder in dem, was sie gewöhnt sind, in dem, was sie erwarten, bedroht sehen. Und Veränderung wird leichter als Bedrohung wahrgenommen. Insbesondere dann, wenn sie krisenhaft sich zuspitzt. Krise ja nichts anderes im Wort als Zuspitzung. Und in der Wissenschaft wird gesagt, antidemokratische Phänomene gelten als besonders virulent in solchen Krisenzeiten. Seien es individuelle Krisen, beispielsweise der Verlust der Arbeit, kollektive Krisen. Wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten oder in der Stadtverwaltung und sagen, jetzt müssen wir das auch noch, dann merken wir, dass wir die Schotten auch ein bisschen dicht machen und nicht mehr so leicht bereit sind für weitere Veränderungen oder eben auch gesamtgesellschaftlich. Und wir können zunehmend sehen, dass mehr Menschen gegen diese Veränderungen auch, ich sage das jetzt mal verkürzt, auf die Barrikaden gehen und vielleicht wünschen, das Rad zurückzudrehen. Diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, machen vielen Menschen auch Sorgen. Das sind Ergebnisse einer, nicht der Mittelstudie, sondern einer Studie von Volker Best, Frank Decker und anderen Demokratievertrauen in Krisenzeiten. Finden Sie auch als freies Download auf der Seite der Ebert Stiftung. Viele, viele Menschen machen sich, das Rot Abgebildete sind die Menschen, die sich hier große oder große Sorgen machen oder sehr große Sorgen, Sorgen wegen des Klimawandels. Fast genauso viele machen sich Sorgen aufgrund von Hass und Feindseligkeit und dann kommen viele andere Dinge. Interessant ist, dass die Migration im Mai, als gefragt worden ist, noch gar nicht so vielen Leuten Sorgen machte oder am Anfang des Jahres war die Befragung. Das war gar nicht das Hauptthema, wenn man auf die Sorgen schaut. Interessant ist dann, was in der Politik diskutiert wird. Die Sorgen um den Klimawandel und um Hass und Feindseligkeit nehmen, das ist zumindest mein subjektiver Eindruck, im Moment gar nicht so viel Raum ein. Das sind aber die Ergebnisse einer Bevölkerungsumfrage. Und wir schauen uns jetzt in der Mitte-Studie, wenn Sie sich das als Eisberg vorstellen, nicht das an, was wir im Moment auch diskutieren. Die Hasskriminalität, vielleicht auch die starke Zunahme von rechtsextremen Straf- und Gewalttaten, wie in der Verfassungsschutzausweis und die Polizeistatistik. Gewalt steigt gegenüber geflüchteten Menschen, gegen LSBTQ-Personen, übrigens auch häusliche Gewalt gegen Frauen. Ganz sensibler Seismograph, weil das ja nun nicht nur die Hälfte der Menschen hier betrifft, sondern auch bis hinein um unsere privatesten Verhältnisse geht. Wahlergebnisse. Das ist das, was sichtbar ist und wo wir in den Medien vielleicht noch hören. Darunter liegt das, was wir in der Wissenschaft als Populismus bezeichnen. Populismus nicht nur von Seiten von Politik, sondern vielleicht auch von Seiten von Medien, eng verbunden auch mit Verschwörungsmythen. Und dann im Bauch des Eisbergs die Einstellung und das Handeln der breiten Bevölkerung und auch die Wahrnehmung und Erfahrung derjenigen, die ganz unmittelbar durch den Rechtsextremismus adressiert werden, weil sie als irgendwie fremd, als irgendwie anders, als irgendwie ungleich betrachtet werden. Und oder weil sie sich für Demokratie engagieren. Auch das ist ein großes Thema. Wir wissen inzwischen beispielsweise aus vielen Befragungen, dass PolitikerInnen, die sich kommunal oder regional oder auch im Bund für die Demokratie engagieren, übrigens auch ehrenamtliche BürgermeisterInnen unter Bedrohung leiden, sodass wir also sehen können, das ist etwas, was wir versuchen mit zu diskutieren, auch wenn wir es nicht erfassen. Was macht auch der Rechtsextremismus dann mit denjenigen, die davon betroffen sind? Wir schauen jetzt mal miteinander in diesen Bauch des Eisbergs und fragen, wie demokratisch ist denn eigentlich die Mitte oder auch nicht? Positive Nachricht zuerst. 87 Prozent der Befragten sagen, in einer Demokratie sollte die Würde und Gleichheit aller an erster Stelle stehen. Aber was sie sehen, das waren auch schon mal noch mehr. Zwei Drittel sagen, wir müssen uns stärker für eine vielfältige und offene Gesellschaft engagieren. Das sind immer noch viele. Aber auch hier sehen Sie, das waren auch schon mal mehr. Und nur noch gut die Hälfte sagt, die deutsche Demokratie funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut. Auch das waren schon mal mehr. 39 Prozent sagen, die Demokratie ist in erheblichem Maße gefährdet. Auch das waren mal weniger. Jetzt sind das mehr Leute. Aber Vorsicht. Zeig Ihnen gleich, wen wir als rechtsextrem eingestellt bezeichnen. Aber das schon mal im Vorgriff. Von denen, die rechtsextrem eingestellt sind, selber also keine demokratischen Einstellungen vertreten, sagen 74 Prozent, die Demokratie ist in erheblichem Maße gefährdet, während dies nur 31 Prozent derjenigen tun ohne rechtsextreme Einstellung. Also Vorsicht vor solchen Slogans. Da muss nicht unbedingt selber auch demokratisches drinstecken, sondern das ist auch ein strategisches Mittel zu sagen, wenn wir nicht gehört werden, dann ist das nicht demokratisch und sei es, wenn wir als rechtsextreme nicht gehört werden. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe von rechtsextremen Einstellungen gesprochen. Wir erfassen rechtsextreme Einstellungen in der Tradition der Mitte-Studie mit der sogenannten Konsensdefinition. Da haben sich mal 2006 eine Runde von Wissenschaftlern zusammengesetzt und haben sich überlegt, was sind eigentlich die ideologischen Kernelemente von Rechtsextremismus. Und sie haben gesagt, dazu gehören drei politisch-historische Dimensionen, die Befürwortung einer Diktatur, der Nationalchauvinismus und die Verharmlosung des Nationalsozialismus und drei sozial-völkische Dimensionen, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Sozialdarwinismus. Und was Sie hier abgebildet sehen, sind die Personen, die hier jeweils im Zustimmungsbereich liegen. Was liegt dahinter? Wir haben jede dieser sechs Dimensionen mit drei Aussagesätzen erfasst. Das sind beispielsweise eine Aussage wie, was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Da sehen Sie jetzt hier blau abgebildet diejenigen im Zustimmungsbereich. Das sind knappes Viertel. Aber Sie sehen weitere 19 Prozent, die teils teils antworten. Das ist nur eindeutig nicht etwas, was wir unter einer demokratischen Einstellung fassen würden. Weiteres Beispiel. Der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten. Ja, da stimmen weniger als 10 Prozent zu, aber weitere fast 19 Prozent teils teils. Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß. Also eine klassisch antisemitische Einstellung. In der Breite der Bevölkerung repräsentativ haben wir hier fast 12 Prozent im Zustimmungsbereich und weitere 15 Prozent teils teils. Es gibt wertvolles und unwertes Leben. Mit zusammengerechnet teils, teils haben wir hier fast 23 Prozent Zustimmung. Solche und ähnliche Aussagen, die also unzweifelhaft das, was wir im Grundgesetz stehen haben, in Abrede stellen. Also wirklich eindeutig antidemokratische, rechtsextreme Einstellung. Davon haben wir 18 Aussagen. Und nur wer bei diesen ganzen 18 Aussagen im Zustimmungsbereich liegt, also eher oder voll zustimmt, den werten wir dann bei einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild als Zustimmung. Und das ist das zentrale Ergebnis dieses Jahres. 8,3 Prozent der Befragten stimmen bei diesen wirklich harten Aussagen, eindeutig rechtsextremen Aussagen, zu. Das sind mehr als drei und fast viermal so viel wie noch 20, also vor zwei Jahren, im Winter 2020, 21 und über dreimal so viel wie in all den Vorjahren. Das ist für Einstellungen ein dramatischer Anstieg. Einstellungen sind in der Regel eine etwas zähe Masse. Das ändert sich nicht so dramatisch und so schnell. Das ist eine wirklich gravierende Veränderung, ein gravierender Anstieg. Angestiegen ist auch der Graubereich, auf den ich gerade schon verwiesen habe. Also Menschen, die bei diesen 18 Aussagen vielleicht teils teils antworten oder mehr Aussagen zustimmen, als sie ablehnen. Gleichzeitig können wir hier aber auch schon sehen, wie es besser war. Nämlich in der harten Zeit 2020, 21, das war eine Befragung im Winter, das war ja gerade zur Zeit des sogenannten zweiten Lockdowns. Da war das Land leise, das Land war erschöpft. Leute hatten sich auf Weihnachten gefreut, wollten sich wieder treffen mit Freunden und Familien. Dann ging das nicht. Das Land war zurückgenommen. Es war aber noch, da ging es gerade los mit diesen großen Demonstrationen. Es ging auch gerade erst los mit den Verschwörungsmythen. Viele Menschen setzten hier auf Solidarität und Solidität. Beispielsweise auch der Bedarf an seriöser Wissenschaft wuchs in dieser Zeit. Viele Medien haben nochmal Wissenschaftsformate aufgelegt. Da können wir sehen, dass wir trotz dieser schwierigen Zeit und den schlimmen Begleitumständen und Folgen, die Corona hatte, wir trotzdem sehen können, dass, wenn es wirklich ernst wird, viele Menschen auch nicht nur bereit sind zur Solidarität und Rücksichtnahme, sondern das auch einhergeht mit beispielsweise mehr Vertrauen und auch demokratischeren Einstellungen. Ich habe Ihnen für Bayern nochmal Zahlen mitgegeben. Ich zeige die nicht im Detail, weil man die ganz vorsichtig nur anfassen darf und anschauen muss, weil wir haben eine Befragtengruppe, repräsentativ 2000 für das Bundesgebiet, sodass wir nur 250 Menschen in Bayern befragen können, sodass das also wirklich nur ganz, ganz grobe Hinweise sind. Deswegen gehe ich da nicht im Einzelnen drauf ein. Gerade für kleine Bundesländer ist das überhaupt nicht aussagekräftig. Wir können aber über all die vielen Jahre, die wir das jetzt schon machen, sagen, Bayern liegt so ungefähr im Durchschnitt zu all den anderen Ländern, fällt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen auf, hat vergleichsweise höhere Werte im Antisemitismus beispielsweise, hat vergleichsweise höhere Werte im Nationalchauvinismus, aber vergleichsweise niedrigere Werte in der Dimension Befürwortung einer Diktatur. Aber das würde ich nicht zu hoch hängen. Ich würde Sie auf noch einige, ganz wenige andere Ergebnisse Ihnen nochmal sagen, warum wir durchaus glauben, es ist gerechtfertigt, von einem Rechtsruck zu sprechen. Wir haben die Befragten auch befragt, wo sie sich mit ihren politischen Ansichten selber positionieren würden. Das ist diese klassische Rechts-Links-Skala von ganz links, eher links, genau in der Mitte, eher rechts oder rechts. Und was wir sehen können ist, dass über viele Jahre hinweg, das sind die vielen da in der Mitte, diese mittelgrauen, der Großteil der Menschen sich genau in der Mitte positioniert. Einmal unabhängig davon, welche Einstellungen dann damit einhergehen. Aber sie selber sagen, ich mit meinen Ansichten bin genau in der Mitte. Das hat sich lange kaum verändert. Das waren so immer so gut 60 Prozent. Jetzt sind es nur noch 55 Prozent. Dafür ist der Anteil jener, die ganz offen sagen, ich bin politisch rechts, im rechten Spektrum eher rechts oder vielleicht auch ganz rechts, gestiehen. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir sagen, das bestätigt nochmal auch diesen Anstieg in den Einstellungen. Und es macht nochmal deutlich, dass der Rechtsextremismus nicht mehr leise und hinter vorgehaltener Hand geäußert wird, sondern auch mit der eigenen Positionierung deutlich einhergeht. Wir sehen da auch, das zeige ich Ihnen jetzt nicht, aber wir sehen natürlich deutliche Zusammenhänge mit der eigenen Positionierung und den rechtsextremen Einstellungen. Aber das ist nicht alles. Wir haben nicht nur die rechtsextremen Einstellungen. Wir fragen auch im Vorfeld nach dem, wo Sie sagen, das könnte vorgelagert sein an demokratiezweifelnden, misstrauischen Einstellungen. Beispielsweise das Vertrauen in staatliche Institutionen und auch das Vertrauen übrigens in Wahlen sehen wir deutlich nach unten gegangen. Ebenso das Vertrauen in öffentlich-rechtliche Medien. Sie sehen darüber abgebildet immer Beispielaussagen. Und gestiegen ist zugleich das Gefühl politischer Machtlosigkeit. Beispielhaft Leute wie ich haben sowieso keinen Einfluss, was die Regierung tut. Wenn man dann weitergeht in dieser Radikalisierungsspirale, dann geht es weiter über Verschwörungsglauben. Beispielsweise Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte nochmal angestiegen. Die regierenden Parteien betrügen das Volk als Kernindikator von Populismus. Auch der nochmal angestiegen und völkisch-autoritäre, rebellische Haltung. Also so etwas wie Zeit, etwas gegen die aktuelle Politik zu tun. Aber auch, dass sich selbst als Opfer generieren. Man darf ja in Deutschland nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist dazustehen. Übrigens auch Aussagen wie, unterschiedliche Völker sollten sich nicht vermischen. Also sowas ganz im Sinne, wie dies die identitäre Bewegung als Ethnopluralismus bezeichnet. Auch da hier nochmal hohe Werte. Zusammengefasst, auch das endet dann, wenn es schlimm wird, in politischer Gewalt. 13 Prozent der Menschen stimmen der Aussage zu. Einige Politiker haben es verdient, wenn die Wut gegen sie schon mal in Gewalt umschlägt. Ich hatte vorhin von den Umfragen unter Kommunal- und BundespolitikerInnen gesprochen. Die berichten das selber und das können wir hier auch in den Einstellungen nochmal sehen. Übrigens abhängig auch von der eigenen politischen Selbstpositionierung. Je weiter rechts, desto mehr Zustimmung zu politischer Gewalt. Aber auch im ganz linken Spektrum haben wir hier ein gewisses Potenzial an Zustimmung. So, um das zusammenzufassen, nochmal abzubinden. Wir haben danach gefragt, wie betroffen, was macht eigentlich die Krise damit? Wie betroffen sind die Menschen eigentlich von der Krise? Wenn wir danach fragen, wie betroffen sind sie persönlich von der Krise? Da sagen nur gut, da sagen nur 31 Prozent, ich fühle mich persönlich stark von der Krise betroffen. Wenn wir sagen, wie stark sind Menschen wie sie von der Krise betroffen, sind das schon 39 Prozent. Und wenn wir fragen, wie stark ist Deutschland ihrer Meinung nach von Krise betroffen, dann sind das schon über 50 Prozent. Und das macht es für Politik auch so schwer. Denn es hilft gar nicht, den Menschen persönlich sozusagen aus der Krise zu helfen, sondern es ist dieses vage Gefühl und je weiter weg und je abstrakter und weiter weg das von mir ist, desto mehr denken die Menschen, es gibt eine Betroffenheit von Krise. Vorsicht, Betroffenheit von Krise bedeutet noch nicht Verunsicherung durch Krise. Denn wir haben viele Menschen, die sagen, ja, wir haben eine Krise. Wir müssen auch Solidarität mit den Schwächsten zeigen. Aber wir sind auch fähig und fit, da irgendwie durchzukommen, wenn wir uns unterstützen. Ein 41 Prozent sagen aber, sie fühlen sich verunsichert durch die Krise. Das sind hier die Gelb Abgebildeten. Und diese Menschen, die sagen, ich bin verunsichert durch die Krise, das sind dann diejenigen, die auch weniger pro-demokratisch orientiert sind, beispielsweise mehr zum Populismus neigen und auch deutlich eher ein rechtsextremes Weltbild haben. Ganz herzlichen Dank erstmal bis hierhin. Das ist nochmal eine Zusammenfassung von dem theoretischen Vorschlag, den wir machen, das als auch eine Radikalisierung zu sehen, die in Deutschland zumindest stark unterfüttert wird vom Rechtsextremismus. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen, Frau Küpper. Und an Sie alle, die Ergebnisse lassen sich nachlesen. in der Studie, die sich bestellen lässt, auf unserer Homepage. Es gibt auch Zusammenfassungen. Wenn Sie googlen, fes.de, Mitte Studie, werden Sie fündig. Frau Küpper, ich habe eine Nachfrage. Nicht zu den Ergebnissen, sondern so auf der Meta-Ebene, weil das ist ja schon ein Monat her, dass Sie mit den Ergebnissen, mit diesen schockierenden Ergebnissen rausgekommen sind, auf den Meinungsmarkt. Der Zeitpunkt war kurz vor den Wahlen in Hessen und Bayern. Wie meine ich? Ja, aber es gibt ja immer diesen sozusagen, also wir sind am 21.09. war die Pressekonferenz und da haben wir die Ergebnisse veröffentlicht. Genau, aber es gab ja ein großes Medienecho. Ja, genau. Und ich würde Sie einfach jetzt unabhängig, was heißt unabhängig, aber zusätzlich zu diesen Ergebnissen, die Sie präsentiert haben, gerne fragen, wie Sie denn den Umgang mit den Medien, beziehungsweise dann auch die Rezeption in den Medien und den diskursiven Impact sozusagen dieser Studie wahrgenommen haben. Sie waren ja mittendrin. Ja, also zweierlei. Alle großen Medien haben berichtet und haben auch, anders als in einigen Vorjahren, tatsächlich auch das unsere, ich sage mal durchaus auch, ich sage jetzt mal unwissenschaftlich, sorgenvolle Beobachtung, die wir da machen, geteilt. Haben also auch berichtet über den dramatischen Anstieg des Rechtsextremismus. Das ist das eine. Und gleichzeitig sehen wir dann aber jetzt ja im Diskurs und konnten dann auch in dem nachfolgenden Diskurs nicht beobachten aus unserer Sicht, dass das irgendwie einen, ich sage mal, einen Rückeffekt hatte zur kritischen Selbstbetrachtung. Wie sprechen wir eigentlich? Wie viel Populismus wollen wir eigentlich Vorschub leisten? Welche wollen wir uns von Rechtsaußenparteien Themen vorschreiben lassen? Welche Sorgen von welchen Menschen nehmen wir eigentlich auf? Nehmen wir beispielsweise die Sorgen der Menschen auf, die durch den Rechtsextremismus angegriffen werden? Und das ist etwas, was ich schon in vielen Diskussionen immer wieder beobachtet habe, auch in den letzten Jahren. Auf der einen Seite haben wir durchaus ja ein Bewusstsein für den Rechtsextremismus. Wir haben das vor zwei Jahren gefragt und jetzt ja auch Best und Decker. Viele, viele Menschen machen sich Sorgen um den Rechtsextremismus. Auch der Verfassungsschutz warnt vor dem Anstieg und sieht den Rechtsextremismus als derzeit größte Herausforderung. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist aber, dass das im Grunde genommen nicht wirklich durchzudringen scheint bei einigen, die sich im politischen Raum und auch im medialen Raum äußern. Und das, finde ich, ist etwas, was ich hätte mir gewünscht, dass wir ein bisschen da jetzt leiser werden und nachdenken. Und denn wir haben nicht umsonst gerade 75 Jahre, ich habe es gerade schon gesagt, Grundgesetz, was uns auch noch mal an die, bitte? Frau Münch? Haben wir erst nächstes Jahr. Haben wir erst nächstes Jahr. Entschuldigung. Es war also fast 75 Jahre des Jubiläums, wird jetzt schon vorbereitet in vielen Dingen. also aber rund 75 Jahre und welches uns immer wieder daran erinnert, auch, das können Sie vielleicht gleich noch mal besser ausführen, Frau Münch, wo wir hergekommen sind, auf welcher schlimmen Erfahrung auch die Würde des Menschen und die Gleichwertigkeit da so prominent drinstehen. Frau Köpper, herzlichen Dank. Den Blick nach Bayern wendend, Frau Wengerz. Also, oder Frau Köpper, Sie haben gerade gesagt, leise, leise ist kein Adjektiv, was mir zum bayerischen Wahlkampf einfällt. Frau Wengerz, es war ja so, es gab Erding und die Partei, für die Sie kandidiert haben, die SPD, hat reagiert mit einer Kampagne ausgetrumped. Es gab die Flugblatt-Affäre und Sie haben aus der Zivilgesellschaft in München heraus mitorganisiert, diese große Demonstration mit 35.000 Menschen zusammenreißen am Odeonsplatz. und mich würde wirklich interessieren, wie Sie diese Zeit wahrgenommen haben und dann am Ende, ich habe in sozialen Medien gesehen, was Sie gepostet haben, ich glaube, dann mitten in der Nacht, drei Tage nach der Wahl, da sprach eine große Enttäuschung raus und ein großes Erschrecken darüber, wie konnte es passieren, dass ein Drittel der Bevölkerung so gewählt haben, wie sie gewählt haben. Wie sehen Sie denn diesen Wahlkampf jetzt mit etwas Abstand? Also zum einen, glaube ich, war es, um auf Ihren Eingang zurückzukommen, war es notwendig und richtig, solche Großdemonstrationen zu machen, wie die Ausgetramt und auch die Zammreißen. Denn ich habe schon auch festgestellt, das muss man natürlich dazu sagen, ich habe in einer Großstadt, ich habe in München Wahlkampf gemacht und das ist sicherlich an manchen Stellen anders wie in der Fläche. Auch das Wahlergebnis sozusagen, also dieser Rechtsruck im Wahlergebnis ist ja in München auch nicht, bei Weitem nicht so, wie in der Fläche. Aber ich habe schon im Wahlkampf festgestellt, dass es zu einer starken oder weitaus stärkeren Polarisierung kommt, dass die Diskussionskultur auch am Infostand deutlich sich verschärft hat. Es ist wesentlich aggressiver diskutiert worden, wenn überhaupt, aber uns Wahlkämpfenden ist sozusagen viel aggressiver begegnet worden, wenn wir das Gespräch gesucht haben. Also das ist auf der einen Seite wirklich dieser, auch an der Stelle der Diskursverschiebung im Sinne der Kultur, wie man miteinander spricht und miteinander umgeht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch dieses tiefe Bedürfnis von vielen Menschen, auch nochmal auf die Straße zu gehen und zu zeigen, wir sehen unsere Demokratie schon auch gefährdet durch solche Aktionen und dem wollen wir widersprechen. Und ich war sehr, wirklich auch sehr glücklich sozusagen über diese große Zuspruch, gerade der Zammreisendemonstrationen, die ja wenige Tage vor dem Wahltag waren, wo ja schon sozusagen die Stimmung und die Diskussion, die Diskussionskultur wirklich auch wirklich am Tiefpunkt war, aus meiner Sicht. Und da merkte man schon, dass die Menschen bereit sind, da auch nochmal auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Aber wie gesagt, leider Gottes eben eher in der Stadt. Also ich sehe hier schon auch einen Unterschied zwischen Fläche und Großstadt. Danke, Frau Wengers, Frau Münch. Auch Sie haben eine tragende Rolle gespielt bei dieser Zammreisendemo. Sie haben sich klar positioniert in der Aiwanger-Affäre. Es gab einen Tweet, wo Sie nachgefragt haben oder Verwunderung darüber ausgedrückt, dass einige der Fragen gar nicht richtig beantwortet wurden. Ich, oder meine erste Erinnerung an Sie jetzt als Person, tragende Person im Wahlkampf, war bei der Eröffnung am Nockerberg, wo diese Talkrunden waren und Sie als Expertin dabei waren. Was war für Sie der Spannungsbogen dieses Wahlkampfs und wo ist es abgerutscht? Und auch so aus dieser Sicht, ich erwähne den Nockerberg bei, Sie sind ja jemand, die wirklich als prominente Kommentatorin auch in den Medien viel unterwegs ist, viel mit den Akteuren spricht, auch im Hintergrund, hinter der Kamera, nicht nur davor. Können Sie da ein paar Eindrücke teilen? Vielen Dank, Herr Henkel. Ja, Sie sprechen von dem Spannungsbogen. Also ich meine, natürlich ist dieses Dominante, würde ich schon sagen, dass das diese Erdinger Rede war. Ich würde sagen, da fing, im Grunde stieg man in den Wahlkampf ein. Also insofern würde ich jetzt nicht das ganze Jahr als Wahlkampfjahr nehmen, wobei wir ja insgesamt eher den Eindruck hatten, dass in diesem Wahlkampf eigentlich nichts allzu Interessantes passiert. Aber natürlich muss man dann fragen, ja, was hat eigentlich, warum diese Zustimmung und zu Herrn Aiwanger in Erding und dann nachher auch zu dem Flugblatt, das hatte natürlich ganz viel mit der Wahrnehmung der Ampel-Bundesregierung zu tun. Und was gelungen ist, was man ja eigentlich normalerweise nicht darauf stolz ist, dass man in einem Landtagswahlkampf so stark bundespolitische Themen besetzt. Also insofern zu dem Spannungsbogen. Sie fangen an beim Nockerberg. Ich habe jetzt Erding genannt. Zum Spannungsbogen gehörte sicherlich natürlich ganz stark dazu, dass sich der CSU-Vorsitzende Söder dann eben relativ früh ja festgelegt hat, diese Koalition mit den freien Wählern fortzuführen. Warum ist das so wichtig? Weil damit im Grunde, warum hat er das getan? Nicht, weil er so begeistert ist von Herrn Aiwanger. Er ist überhaupt nicht begeistert von Herrn Aiwanger und auch nicht von den freien Wählern, die gelten für die CSU als Konkurrenz. Eine Konkurrenz, die man in der Vergangenheit nicht allzu ernst genommen hat. Und inzwischen nimmt man sie ernst. Und zwar deshalb, weil die freien Wähler ganz offensichtlich und vor allem Herr Aiwanger also erstens ein sehr großes rhetorisches Talent besitzt. Und zweitens Dinge sagt, die Söder nicht sagen würde, was man oder zumindest das seit 2018 nicht mehr sagt, was man ja in Erding auch verfolgen konnte. Aber diese Festlegung, im Grunde in der frühen Phase des Wahlkampfs bei den freien Wählern zu bleiben und nicht im Grunde die Möglichkeiten zu öffnen, das war natürlich der Tatsache geschuldet, dass sich die CSU vor allem im Grunde die Ampelregierung zum Gegner auserkoren hat und hier ganz speziell die Grünen. Warum hat man das gemacht? Weil man im Grunde damit relativ stark Emotionen zum einen schüren konnte, Stichwort bei den Grünen. Das konnte man relativ schnell, ohne viele Worte zu verlieren, mit wenigen Schlagworten besetzen, diese Emotionen. Aber man muss natürlich schon dazu sagen, dass die Ampelregierung natürlich auch Steilvorlagen geboten hat. Also da sind Gesetze gemacht worden, die bei einem großen Teil der Bürgerschaft als völlig fehl am Platze, als falsche Themen besetzt, als überwältigend im Sinne von anmaßend interpretiert worden sind. Also insofern würde ich jetzt schon diesen Wahlkampf und auch diese Zuspitzung, die ich sehr ablehne, dieses auch sich abarbeiten an den Grünen, auch diese starke Personalisierung, diese Abwertung einer Partei im Bundestag und einer die Regierung mittragenden Partei, was ich alles als extrem bedauerlich und meines Erachtens auch sachlich falsch finde, weil sich meines Erachtens die CSU lieber auf eine andere Partei hätte als Gegner einstellen sollen. Aber mein Punkt ist, ja, man hat es natürlich dann auch relativ leicht gemacht, die Bundesregierung, dass diese Themen dann im Grunde so leicht vorführbar waren, vor allem allen voran eben das Heizungsthema, das Migrationsthema. Die CSU hätte die Migration nicht ansprechen wollen. Also der CSU wäre es wesentlich lieber gewesen, wenn man einen Wahlkampf auch in den letzten Wochen ohne das Thema Migration hätte führen können, weil da die CSU nach wie vor von 2018 noch ein gebranntes Kind ist. Dann war aber das Thema vorhanden und zwar nicht, weil irgendwelche Rechtsextremisten das Thema besetzt haben, sondern weil Deutschlands gesammelte Landräte dieses Thema als extrem problematische und große Herausforderung benannt haben, was ich bestens nachvollziehen kann. Und dann kam man nicht mehr drum herum, dieses Thema natürlich mitzubehandeln, weil es im Grunde auch vom Wahlkampf von der Bevölkerung eingefordert worden ist und natürlich ganz klar auch von der AfD besetzt worden ist. Ja, vielen Dank, Frau Münch. Also es ging nicht zimperlich zu, Sie haben die Sprache angesprochen. Also auch in der Wahlanalyse, die ich erwähnt habe, die morgen veröffentlicht wird, hier wird festgestellt, dass also sich eigentlich niemand daran erinnern kann, dass eine Partei so angegangen wurde, wie die Grünen dieses Mal mit kein Bayern gehen und Veganisierung und Verbot hier, Verbot dort. Und auf der anderen Seite die Ampelregierung als Hampelampel bezeichnet. Also die Bierzelte waren voll von einer Sprache, die herabwürdigend war. Aber die Kernfrage, die wir uns auch im Nachhinein gestellt haben, ist ja, wenn wir Bayern mit Hessen kontrastieren. Wir hatten in Hessen einen CDU-Kandidaten, der relativ moderat gewahrkämpft hat und in Bayern jemanden, der einen scharfen Ton gebracht hat. Was würden Sie sagen, Frau Münch? War das Ergebnis für die CSU so, wie es war, wegen des scharfen Tons? Oder wäre es mit einem moderateren Angang noch viel schlechter ausgefallen? Das ist natürlich die Preisfrage, weil wir natürlich schlecht den Vergleich anstellen können, nochmal alles zurückkobeln und nochmal einen anderen Versuch anstellen können. Das ist natürlich klar, das, was mich auch beschäftigt hat. Ich gehe davon aus, dass diese, wie gesagt, ich sehe als Hintergrund, als Hintergrund sehe ich im Grunde diese Entscheidung mit den freien Wählern weiterhin zu koalieren, die Ampel und vor allem die Grünen als Hauptgegner zu nehmen. Warum hat es Söder gemacht? Warum hat es die CSU gemacht? Weil man gedacht hat, das sei das weniger Riskante. Die Frage ist, die Sie ja aufwerfen und ich kann sie nicht beantworten, ich kann nur mutmaßen, anscheinend war die Sorge der CSU und von Markus Söder, wenn er die Koalitionsfrage offen gelassen hätte und gesagt hätte, man könne sich auch vorstellen, eventuell mit den Grünen, wenn die dann auch vernünftig seien, der Zusatz wäre bestimmt gekommen, eventuell Koalitionsverhandlungen, zumindest Sondierungen zu führen. Ich bin mir sehr sicher, dass man die enorme Befürchtung hatte, dass sich das Herr Aiwanger zu eigen gemacht hätte und dass dann die freien Wähler als klares Gegenmodell einer Koalition mit den Grünen noch deutlich mehr Stimmen hätten, womöglich der CSU nehmen können, eventuell auch die AfD, aber das ist alles Mutmaßung. Ich kann es nicht belegen. Ich sehe natürlich gleichzeitig das Ergebnis von Rhein in Hessen, das ist schon klar, aber natürlich, also ich habe dann auch gesagt, ich verstehe die CSU nicht, warum sie sich so stark an den Grünen abgearbeitet hat. Ich hätte es sinnvoller gefunden, wenn sie die AfD inhaltlich gestellt hätte, was natürlich schwierig ist, das gebe ich zu. Aber man muss natürlich schon, um das gesamte Feld dann aufzumachen, schon auch sehen, dass natürlich in Hessen andere Voraussetzungen waren. In Hessen hat man schon vielfältige Erfahrungen, nicht nur Boris Rhein mit Koalition, mit den Grünen. Also insofern ist das, was die CSU in Bayern gemacht hat, wäre in Hessen bei weitem weniger glaubwürdig gewesen und Rhein wäre also komplett bescheuert gewesen, wenn er noch stärker gegen die Grünen argumentiert hätte, von denen jeder wusste, dass er mit denen zwar nicht optimal, aber auch nicht ganz schlecht zusammengearbeitet hat. Also insofern muss man schon einfach diesen unterschiedlichen Erfahrungsschatz mit einbeziehen. Und man muss mit einbeziehen, dass die Grünen in Bayern, ja, die Grünen in Bayern weit weniger angesehen sind, als sie es zum Beispiel in Hessen sind, in der Bevölkerung. Also dieser, also natürlich ist dieser Hass, also man kann es ja fast schon so weitgehend zu sagen, im Wahlkampf noch weiter geschürt worden gegen die Grünen. Aber der scheint auf einen relativ fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Das finde ich, ja, finde ich nicht schön und moralisch natürlich garantiert nicht begrüßenswert. Aber da waren viele Punkte, wo man offensichtlich andocken konnte. Frau Wengerz, ich will gar nicht so tief jetzt in dieser Wahlanalyse bleiben. Das hatten wir ja besprochen, dass wir es eigentlich nicht machen wollen. Aber jetzt ist doch interessant. Sie sind ja angetreten für eine Partei, die auch an der Regierung ist. Haben Sie diesen Gegenwind gespürt, den Frau Münch angesprochen hat? Hatten Sie das Gefühl, es ist Ihren politischen Gegnern gelungen, Ihnen als Vertreterin der bayerischen SPD das auch anzuhängen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das bei uns in München tatsächlich nur teilweise erlebt habe. Ich habe, und nochmal, ich möchte das auch wirklich betonen, weil ich das auch festgestellt habe im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in meiner Partei, in anderen Städten und vor allen Dingen auch in der Fläche. Es war tatsächlich das Empfinden am Infostand und die Vorkommnisse am Infostand sind schon auch nochmal andere wie sie sozusagen jetzt in den Medien im direkten Austausch der Spitzenkandidatinnen sind. Aber was ich festgestellt habe, es war nicht nur sozusagen dieses Auskeilen gegen die Ampel. Bei mir kam tatsächlich oder in München kam tatsächlich auch sehr, sehr häufig nochmal etwas zum Tragen, was in vielen Diskussionen gar keine Rolle spielt. Warum auch immer, warum es sozusagen auch in der Wissenschaft nur bedingt Niederschlag findet. Wir hatten sehr, sehr häufig tatsächlich auch ganz viele Menschen, die noch mit der Situation, ich will mal sagen, gehadert haben, nämlich Corona. Wir hatten ganz viele Corona-Leugner. Wir hatten ganz viele, die uns wirklich zum Vorwurf gemacht haben, wie sehr wir eingegriffen hätten in das Leben und wie schlecht es ihnen geht. Das kommt mir in den Analysen fast nicht vor. Ich muss mir das auch nochmal anschauen, warum das so ist. Vielleicht, weil es die Politik auch in ihren Diskursen nicht aufgreift, ist möglich. Aber in München ist es schon eine sehr, sehr starke, sehr, sehr starke Tendenz gewesen. Und es war in der Tat, weil nochmal auf den Vortrag von der Frau Küpper zurückzukommen, ganz häufig haben wir wirklich so eine despektierliche Haltung gegenüber der Demokratie und der Politik im Allgemeinen, jetzt gar nicht nur Ampel festgestellt. Das war wesentlich häufiger sozusagen mein täglich Brot und mit dem ich mich auseinandersetzen musste, als jetzt das Ampel-Bashing als solches. Aber wie gesagt, also mir macht eigentlich wirklich an der Stelle ganz große Sorgen, dass selbst in München, wo ja die Rechtsextreme Partei, die AfD kaum oder auch die Freien Wähler ja bei Weitem nicht dieses große Ergebnis haben, trotzdem hat man das gespürt in den Diskussionen am Infostand und zwar täglich. Und in einem möchte ich Ihnen recht geben, Frau Münch, ich glaube tatsächlich, dass dieses grünen Bashing in weiten Teilen in Bayerns auf fruchtbarem Boden gefallen ist. Das gute Ergebnis der Grünen fußt ja vor allem auf dem sehr, sehr guten Ergebnis in den Städten. In der Fläche sieht es ja nochmal völlig anders aus und da glaube ich, ist es tatsächlich auch auf fruchtbarem Boden gefallen. Und ich glaube in der Tat, dass es wirklich den strategischen Überlegungen im Vorfeld dieses Wahlkampfes geschuldet ist, dass man sich die Grünen ausgesucht hat und gesagt hat, die machen wir zum Buhmann. Also ist halt schiefgegangen, zumindest in weiten Teilen. Danke für den Einblick. Frau Köpper, Sie haben das angesprochen, auch in Ihrem Vortrag nochmal, dass diese multiplen Krisen zur Verunsicherung führen, die wiederum der Nährboden ist für letztlich demokratiegefährdende oder distanzierte Einstellungen zur Demokratie. Könnten Sie das nochmal nachzeichnen? Unter Umständen auch versuchen, es für Bayern nachzuzeichnen, wie die Menschen auf diese Krisen reagieren und was wir daraus lernen können? Gerne. Vielleicht vorneweg nur als weitere Information. Die These und das, was Sie erlebt haben, dass München anders ist als Fläche, das, was Sie beschrieben haben, ist eigentlich interessant, dass wir das in der Bevölkerungsumfrage, nicht für Bayern, wir können es nur für Gesamtdeutschland sagen, sehr geringe Unterschiede. Also eigentlich überraschend, und das ist nicht nur in dieser Befragung so, sondern das ist in vielen Befragungen so, es gibt einen gewissen Unterschied zwischen Stadt und vor allen Dingen auch, ich sag mal, Speckgürtel von größeren Städten und Land, aber der ist erstaunlich gering. Der ist eigentlich das, was man, ich sag mal, so als Stadtluft macht frei, und in der Stadt ist es anders. Das, was Sie auch als Erlebnisse schildern, schlägt sich gar nicht so gravierend, wie man es vielleicht erwarten würde, in den jeweiligen Gefunden nieder. Das ist aber nur eine kleine Ergänzung. Sie hat mich jetzt nach der Krise gefragt. Wir hatten tatsächlich vor zwei Jahren, ja, da war ich mitten in der Corona-Zeit, auch nach der Betroffenheit von der Corona, gefühlten Betroffenheit von der Corona-Pandemie gefragt. Und auch da war das Ergebnis schon ähnlich, wie jetzt der gefühlten Betroffenheit von den Krisen. Viel mehr Leute haben allgemein gesagt, das Land ist von Corona betroffen, als dass sie sich selber betroffen gesehen haben. Ähnlich ist das übrigens auch, wenn wir nach Wohlstand fragen. Viele Menschen sagen, ach, mir selber geht es eigentlich, natürlich haben wir, wir haben natürlich auch Menschen, die arm sind und denen es nicht gut geht, und die das auch für sich selber so sehen. Wir haben aber relativ viele Menschen, das zeigen auch andere Befragungen immer wieder, die sagen, ach, eigentlich geht es mir finanziell ganz gut so. Manche sagen, auch mir geht es sehr gut, aber viele sagen, ist eigentlich ganz okay. Wenn man dann aber fragt, wie geht es Deutschland, dann ist aber ganz schlecht. Und das heißt also, wir haben immer wieder die gleiche Beobachtung, dass die Menschen selber sich gar nicht so betroffen fühlen, auch gar nicht so, jetzt weder, ich sage mal, finanziell, noch jetzt von Corona, noch von anderen Krisen. Aber wenn sie es globaler fragen, wenn sie es also weniger nah an sich selber fragen, wenn sie es weiter weg fragen, fürs Land, dann sind die Zustimmungen viel größer. Und dann hat das auch einen stärkeren empirischen Einfluss auf Demokratie, misstrauische bis gefährdende Einstellungen. Also es ist eher dieses weiter weg, was Einfluss hat, als das, was näher dran ist. Das ist das eine. Und jetzt ist natürlich immer die schwierige Frage, ich bin ja selber Psychologin, und wir halten immer auseinander, objektiv und subjektiv. Also das, was wir tatsächlich an faktischen Dingen beobachten können. Ich bin jetzt keine, ich sage mal, keine Krisenforscherin, aber wir haben natürlich vieles, was wir an Krise faktisch beobachten können. Klimawandel, Inflation, steigende Energiepreise und so weiter. Das sind die Fakten. Und dann haben wir die gefühlte Seite. Dann haben wir das Gefühl von Betroffenheit, das Gefühl von Verunsicherung, was eben nicht das Gleiche ist. Und dann haben wir beides aus meiner Sicht, wir haben auf der einen Seite, das können wir jetzt, konnten wir für die Corona-Zeit sehen, mit Bezug auf das Corona-Thema. Das können wir allgemein jetzt für die Polykrisen zeigen, dass tatsächlich das Gefühl der Verunsicherung durch Krise eindeutig mit Demokratie, Misstrauen bis hin zu gefährdenden Einstellungen zusammenhängt. Einerseits. Andererseits hatten Sie gerade gesagt, Sie hatten das mit Bezug auf Bayern gesagt, fällt auf fruchtbaren Boden. Und ich hatte deswegen diesen Eisberg auch nochmal gezeigt, denn da geht sozusagen, da geht der Einfluss in beide Richtungen. Wir haben politische Akteure, und das müssen nicht immer PolitikerInnen sein, das können auch Gruppierungen sein, das können auch nochmal befeuert von Medien, die Einfluss, die das aufgreifen mit ihren Themen, was im Bauch des Eisbergs schon seit, ich sag jetzt mal Jahrhunderten an Ressentiments schmort. Das konnten wir oder mussten wir beim Antisemitismus beispielsweise sehen, wie in der Zeit von Corona das Thema Antisemitismus nochmal aufgegriffen wurde, beispielsweise auch bei den Corona-Demonstrationen gegen die Maßnahmen. Wir Redner hatten auf den Bühnen, die also eindeutig antisemitische Sachen von sich gaben, und das offenbar die vielen, die davor standen, nicht weiter gestört hat. Das bedeutet, wir haben also ein Fundus von schlummernden Ressentiments, die leider immer wieder leicht aktiviert werden können. Wir konnten das bei Corona auch sehen an Stereotypen und Abwertung von asiatischen Menschen. Da konnte jemand sagen, ich war noch nie in China, ich spreche auch kein Chinesisch, ich bin auch kein Chinesen, aber wenn der irgendwie für andere irgendwie asiatisch aussah, dann wurde Abstand genommen. In einigen Ländern war es auch so, dass es zu Gewalttätigkeiten gekommen ist. Sie können sich an diese verzweifelte Kampagne im Internet erinnern von Menschen, die irgendwie asiatischen Hintergrund haben, ich bin kein Virus. Weil es war ein Beispiel dafür, das ist zwar eigentlich in den Hintergrund getreten, sowohl für die Menschen selber als auch für die, es war kein Thema mehr, und plötzlich kam das mit aller Wucht wieder zurück, sodass wir sehen können, ich sage mal, die Einflüsse gehen in beide Richtungen. Wir haben schlummernde Ressentiments und wir können im Trend sehen, das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, ich hätte Ihnen jetzt auch noch mal Ergebnisse zeigen können zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, also eng verwandt, Rechtsextremismus als harte, auch politische Einstellung, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, also wir nehmen das als Sammelbegriff in der Tradition von Heidmeier, Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Heterosexismus, Klassismus, das ist im Trend in den letzten Jahren angestiegen. Also eher gar nicht nur in den letzten, ich sage mal, polymultiplen Krisenzeiten, sondern im Grunde genommen, seit wir es 2014 gleich beobachten, ist es langsam im Trend angestiegen und jetzt kriegt das noch mal besonders und dann knüpft sich das an das Gefühl von Verunsicherung durch Krise und greift eben das auf, was da ohnehin schon, ich sage mal, an Resonanzboden da ist. Also wir haben beides und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben seit etlichen Jahren einen laut gewordenen und auch aggressiv gewordenen Populismus, wir hatten die ganzen Trump-Jahre, wir hatten dann auch den, ich sage mal, Versuch der Erstürmung der Treppen des Reichstagsgebäudes aus einer Corona-Demonstration heraus im August 2020, wir hatten Sturm auf das Kapitol, wir hatten Sturm auf das Parlament in Brasilia oder Versuch der Erstürmung. Das heißt, wir haben weltweit agierende rechte Akteure und das ist nicht unsere Studie, das zeigen andere Studien, man kann auch anhand deren AP-Adressen sehen, wie eng die vernetzt sind, die das Ganze auch mit Chiffren, mit Bildern bespielen. Also dass also solche aktionistischen Dinge wie Erstürmung von Parlamenten offenbar dann ja irgendwie, ich sage mal, abgekupfert wurden und bei anderen Dingen kann man das auch sehen. Und das bedeutet, wir dürfen nicht, ich sage mal, es ist nicht nur alles die Krise, es ist, die Krise befeuert es nochmal und das Gefühl von Verunsicherung von Krise gibt auch nochmal ein Gefühl, das ist jetzt meine Interpretation, das kann ich nicht in den Ende der Empirie zeigen, da habe ich jetzt ein Anrecht drauf, jetzt aber auch keine Rücksicht mehr zu nehmen. Wir können das ein bisschen empirisch unterfüttern, wir haben das erste Mal nach Anspruchs, nach dem Gefühl, mir steht mehr zu als anderen gefragt. Also so ein Anspruchsdenken. Und diejenigen, die so ein Anspruchsdenken haben, neigen dann auch verstärkt beispielsweise zu Fremdenfeindlichkeit, zu Sexismus, zu Antisemitismus, zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das heißt, das öffnet so ein bisschen die Schleusen, sich auch anderen gegenüber nicht mehr anständig verhalten zu müssen, weil man selber ja in der, ich sag mal, in der Opferposition ist, man wird entweder politisch nicht gehört und oder, man hat ansonsten so gelitten, durch verschiedene Krisen, vielleicht durch Corona, durch andere Krisen. Und dann ist das auch ein gewisse Befreiungsgefühl, sich nicht mehr, ich sag mal, nicht nur Demokratie misstrauisch zu sein, sondern auch anderen Gruppen gegenüber, eben auch schwachen Gruppen gegenüber, nicht mehr anständig zu verhalten. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir diese Linie sehen, die lange Linie, plus nochmal die Eskalation durch die Krise. Als Sie das Stichwort IP-Adresse gesagt haben, habe ich hier angefangen zu kramen. Ich habe unten auch gefunden, hier gibt es nämlich, ich teile es mal kurz, sehen Sie das? Schlecht vorbereitet, Entschuldigung. Können Sie sehen, ja? Es gab eine Doku im Bayerischen Rundfunk, Bayerns Nicht-Wieder-Vergessen-Verbittert-Abgeschrieben. Das ist jetzt für den Punkt, den ich versuche zu machen und eine Frage an Sie alle drei zu stellen, gar nicht so zentral. Wichtig ist dieses Bild und auch das nächste. Wir sehen das TikTok-Profil der AfD Bayern und sehen knapp 800.000 Meinungsäußerung positiver Art und können daneben eine andere Partei stellen, die Grünen, die auch sehr aktiv ist in sozialen Medien und sehen, also ich möchte gar nicht so auf die Follower, sondern ich möchte wirklich auf die Interaktionen, also die Likes, 6.518. TikTok Bayern. Wenn man sich, also diese Zahlen sind ja abstrakt, kann man sich nicht so viel vorstellen, deswegen übersetzen wir es mal in ein Verhältnis oder stellen wir uns vor, ein Fußballspiel geht aus 125 zu 1. 124 Menschen mögen die Inhalte der AfD Bayern auf TikTok für einen Grünen, eine grüne Person. Andersrum, eine Person, die die grünen Inhalte mag. An Sie alle drei, was denken Sie? Welche Rolle hat diese technologische Veränderung gespielt und haben wir das genug auf dem Schirm? hat eine enorme Rolle gespielt, Ihre Zahlen belegen es. Ich habe in den letzten paar Tagen mit Schulleitungen gesprochen, mit Schülerinnen und Schülern, die ganz massiv berichtet haben, dass es gerade jüngere, junge Erwachsene diesen AfD-Inhalten auf TikTok relativ unbefangen gegenüber treten, die unterhaltsam finden, die informativ finden, kurzweilig finden und das ganz stark nutzen. Mir macht, also das macht mir mit am größten Sorgen, also die Veränderung unserer Information und unserer Kommunikation, der Bedeutungsverlust der klassischen Medien, gerade bei den unter 40, unter 35-Jährigen, eine gewisse Unbedarftheit mit Blick auf Manipulationsmöglichkeiten, die entstehen, die Geschäftsmodelle der digitalen Kommunikation gefährden meines Erachtens eine zentrale Grundlage unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung, nämlich einen einigermaßen manipulationsfreien öffentlichen Diskurs zu haben. Das ist unverzichtbar. Wir haben ein paar Mal jetzt über das Grundgesetz gesprochen. Ganz zentral, dass wir unsere Institutionenordnung und unser Grundgesetz haben, aber die nutzt uns nichts, wenn unsere öffentliche Meinung manipuliert wird. Und deshalb, das macht mir immense Sorgen. Frau Köpper, sehen Sie in den Ergebnissen in der Mitte-Studie, wenn man das nach Alterskohorten aufspannt, Unterschiede? Ja, und zwar ziemlich deutliche Unterschiede. Über viele Jahre war es so, ich verkürze das jetzt mal ein bisschen salopp, je älter, desto schlimmer, also je antisemitischer, je älter, desto antisemitischer, desto fremdenfeindlicher, desto demokratiefeindlicher, auch desto mehr Zustimmung zu anderen rechtsextremen Facetten. Das ist schon im Trend seit einigen Jahren nicht mehr so und das ist jetzt nochmal ganz deutlich. Bei den Älteren hat sich so gut wie wenig verändert und bei den Jüngeren ist die, wir befragen, Erwachsene ab 18, in der jüngeren Alterskohorte zwischen 18 und 34, sind die Zustimmung deutlich angestiegen, sodass wir insgesamt, ich hatte gesagt, 8,3 Prozent geschlossen rechtsextremes Weltbild in der Gesamtbevölkerung haben, aber über 12 Prozent in der jüngeren Alterskohorte und die also jetzt deutlich die Älteren überholt haben sozusagen und das deutet sich auch in vergleichbaren anderen Studien an, sodass wir fürchten müssen, dass das tatsächlich ein ernstzunehmendes Ergebnis ist. Das ist ja genau die Altersgruppe, ich sage mal, junge Menschen denken sich das ja nicht aus, sie werden ja in diese Welt hineingeboren und in dieser Welt sozialisiert und das sind junge Leute, die ihre, ich sage mal, sensible, politisch sensible Sozialisationsphase, das ist so im Teenager-Alter, sagt man, genau in der Zeit des lauter gewordenen Populismus durchlebt haben. Die sind ordentlich bespielt worden und sie sind sowohl durch Social Media ordentlich bespielt worden und das haben sie gerade gezeigt, auch ganz gezielt, ja auch werden sie da bespielt, dann haben wir noch diese Eigeneffekte, diese Eigenlogiken, Bubbles und so weiter, aber das ist auch ein gezieltes Bespielen, ist übrigens auch nicht ganz neu, auch die NPD hat schon vor vielen Jahren versucht, mit Hundewelpen, gerade, ich sage mal, 14-Jährige für sich zu kapern und Bilder von Hundewelpen und das heißt aber, bei ihnen fällt es nochmal auf ein, erstens sind sie hinein sozialisiert, sie haben, für sie ist die Welt so gewesen, so laut und so, auch ein Misstrauen, ein hasserfülltes Misstrauen gegen Politik und PolitikerInnen und Misstrauen in die, das ist einfach das, was man so sagt, so dass sie eben weniger noch als Ältere eine, ich sage jetzt mal, ein Korrektiv haben, weil sie ja eigentlich auch nichts anderes kennengelernt haben, als genau diese laute, schreiende, populistische Welt, die sie bespielt, sowohl Social Media mäßig, aber wir dürfen nicht vergessen, auch, Sie hatten es jetzt von den Infoständen, Frau Wengatz gesagt, nun ja auch im analogen Leben, wir viel deutliche Wut und auf der Straße haben und auch viel nachgeplappere, populistisches Nachgeplappere, ja die da oben machen sowieso, was wir wollen, wenn man dazu gehören will, dann sagt man das im Prinzip, ohne richtig drüber nachzudenken, stimmt das, was ist eigentlich da dran, und wir wissen, dass alle Parteien, alle NGOs, alle Kirchen, Gewerkschaften, Sportvereine sich freuen, wenn man mitmacht, also es ist sozusagen ja nicht nur ein Mangel an Gelegenheit, sondern auch, ist auch ein bisschen bequem und man hat ja auch viele andere Dinge zu tun am Tag, dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben eine sehr überlastete junge Generation, die aus unterschiedlichen Gründen, die war schon vor Corona überlastet, Stichwort auch G8 und so weiter, sie war aber jetzt durch Corona nochmal besonders belastet, die haben nicht die Jugendlichen befragt, das müssen wir dran, da müssen wir nochmal, das ist wichtig, das machen andere Studien, aber Jugendstudien können das auch für Jugendliche beobachten, wie die Zustimmung zur Demokratie im Trend in den letzten Jahren schon langsam sinkt, die ist immer noch über 60 Prozent, aber es geht nach unten und es gibt mehr Jugendliche, die inzwischen sagen, also zunehmend mehr, nicht mehr als die die Demokratie besfürworten, aber mehr im Trend, die sagen, auch die Demokratie ist so gut oder schlecht wie andere Staatsformen auch, das heißt, das ist genau, die sind sozialisiert worden in dieser lauten, schreienden Phase, das ist ihre Welt, die sie nochmal besonders auch anspricht, das ist das eine, sie haben wenig Korrektiv- und Vergleichsmöglichkeiten und letzter Satz, das sage ich jetzt auch nochmal aus Sicht einer Psychologin, Krise trifft sie nochmal härter, denn wenn wir älter sind, dann haben wir natürlich auch Resilienzerfahrung gemacht, wir haben auch vielleicht in unserem persönlichen, privaten Leben, Leben, aber auch gesellschaftlich gesagt, naja, Krisen kommen und gehen, sage ich jetzt mal, ganz alte Menschen, die vielleicht noch auch hierzulande Kriegserfahrung haben, sagen, das war ganz schlimm, aber haben auch die Erfahrung gemacht, irgendwie ist es wieder bergauf gegangen, also man hat auch mehr Mut bei Krisen, einfach durch diese Erfahrung zu sagen, da kommt man schon irgendwie durch und so, es wird vielleicht eine harte Zeit, aber es ist nicht total zum Verzweifeln und das ist etwas, was junge Menschen schlechterdings aufgrund ihres Alters nicht haben, diese auch, ich sage mal, diese Resilienz stützende Erfahrung und das macht es, dass sie nochmal besonders vulnerable sind, auch gegenüber diesem Krisendiskurs, nicht nur, dass sie ihn selber merken, wie bei Corona, sondern dass sie auch denken, ich muss jetzt, ich kann mir gar keine Nachrichten mehr anhören, das hört man immer wieder, weil das alles so viel ist und ein, jetzt nun wirklich letzter Satz, wir haben im letzten Jahr auch eine Studie gemacht zu Einsamkeit und Extremismus bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, das war eine Studie vom Progressiven Zentrum, an dem ich beteiligt war, viele junge Menschen haben während der Corona-Pandemie besonders unter Einsamkeit gelitten und das ist auch nochmal ein weiteres Einfallstor, wir haben das jetzt auch für die Erwachsenen in der diesjährigen Mitte da nochmal geprüft, die Suche nach, wir sind Menschen, wir brauchen Bindungen an andere, wir brauchen Beziehungen zu anderen, wir können nicht alleine und wenn wir keine Bindung verspüren oder haben und wenn wir uns isoliert fühlen und ausgeschlossen, dann suchen wir uns diese Bindung und leider, das wissen wir vom Rechtsextremismus seit Jahrzehnten, er bietet auch solche Formen des Zusammenschlusses und da waren eben auch diese, ich sag mal, Verschwörungszirkel, geschlossene Telegram-Gruppen oder sonst was, wo man dann auf Gleichgesinnt trifft, wenn man sich beispielsweise nicht hat impfen lassen und sich vielleicht dann die Freunde sagten, wie bist du denn drauf, also dann auch Gleichgesinnte getroffen hat und auch dann auf der Straße Gleichgesinnte hat, also auch dieses Bindungsangebot, die der Populismus und auch der ausgewachsene Rechtsextremismus machen, in Zeiten, die generell für Einsamkeit offen sind und bei jungen Menschen, gerade durch die Corona-Zeit, nochmal besonders sie in der Form betroffen hat. Und gleichzeitig, glaube ich, ist wichtig zu betonen, dass wir sozusagen das nicht als ein Problem der jungen Generation malen, weil gerade diese Resilienz, von der Sie sprechen, gerade mit sozialen Medien, ist, glaube ich, bei den Jungen viel höher, als sie bei der Generation 60 plus ist. Und ich hatte es schon gesagt, Sie haben sich das nicht ausgedacht. Also all das, mit dem Sie bespielt werden, da werden Sie nicht von Gleichaltrigen in der Regel, also Sie senden das vielleicht weiter. Aber ausdenken tun sich das Erwachsene und wir denken uns auch Strukturen aus, die Sie nicht schützen. Also wir dürfen nicht vergessen, dass wir da, wo junge Menschen sind, sei es in der Schule, in der Ausbildung, in der akademischen Ausbildung, da sind Sie vielfach alleine, wenn Sie angegriffen werden. Und Sie sind auch vielfach allein mit all dem Schurbelzeug und dem demokratiefeindlichen Zeug, was Sie da haben. Das wird wenig thematisiert, vielleicht mal auf dem Fachtag oder so, aber nicht als beständiges Thema. Wir haben sehr wenig politische Bildung, zeigen alle Studien. Man muss schon in der richtigen Schule und im richtigen Bundesland, Bayern ist da noch vergleichsweise gut, auf der richtigen Schule gewesen sein. Dann hat man maximal 4,5 Prozent seiner gesamten Schulzeit sich irgendwie mit politischer Bildung beschäftigt, im weiteren Sinne. Das heißt, wir haben auch in den letzten Jahren, da klagen ja nun alle politischen Bildner, Frau Münch, Sie wissen das viel besser, drüber, dass wir das vielleicht so, dass wir das so als besonderes Thema, aber nicht so gut eingebettet in die reguläre Ausbildung. Und das rächt sich jetzt natürlich auch darin, dass eben Sie auch nicht wach werden, wenn Sie so ein Zeug lesen, wie Deutschland braucht eine einzige Partei. Da klingelt bei denen keine Alarmglocke. Aber Frau Küpper, ich möchte nicht, dass das eine dieser Diskussionen ist, wo wir am Ende beim Fazit landen, wir brauchen mehr politische Bildung. Ich glaube, es ist richtig und ich glaube, Sie sind Bayern schlechter als woanders, tatsächlich, von der Menge her. Aber lassen Sie uns das nicht als Fazit nehmen, weil da landen diese Diskussionen immer. Lassen Sie uns darüber hinauskommen. Frau Wengerz, noch was zum Thema Socials. Ansonsten würde ich nämlich gerne öffnen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also auch aus Ihrer Sicht als Wahlkämpfende. Trotzdem würde ich tatsächlich zu den sozialen Medien auch nochmal zwei, drei Worte verlieren wollen. Also zum einen muss man halt festhalten und feststellen und das haben ja auch viele schon wahrgenommen, dass es Parteien gibt, die schon wesentlich früher viel, viel, viel mehr Ressourcen in die Erstellung von Social Media Beiträgen gesteckt haben, die sehr stark unterstützt werden durch Bots, also durch Roboter und künstliche Intelligenz, die entsprechend auch antworten. Also ich habe zum Schluss meines Wahlkampfes nochmal ein bisschen Werbung sozusagen, auch Werbegeld in Social Media gesteckt, also dass meine Beiträge auch bezahlt, woanders landen und bin dann überfallen worden geradezu durch Bots oder durch Bots und war fast dann den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendeinen Mist, möchte ich es jetzt mal bezeichnen, von persönlichen Angriffen bis eben rechtsextremistischen Äußerungen permanent zu löschen aus den Kommentarzeilen. Also da werden auch, da wird viel Geld hineingesteckt, den politischen Gegner auch auf dieser Stelle mundtot zu machen, weil wenn du beschäftigt bist, Kommentare zu löschen, kannst du nicht selber agieren und nicht selber fortkommen. Das ist das eine. Das andere, wie gesagt, die haben sehr, sehr viel Geld schon sehr früh gesteckt in die sozialen Medien. Und das Dritte ist, also wir wissen ja alle, die Aufmerksamkeitsspanne hat stark nachgelassen, insbesondere auch bei den jüngeren Menschen. Da ist halt ein Bild, das mehr als tausend Worte sagt und viel schneller zu erfassen ist als jeglicher Text. Er ist eben mal schnell per WhatsApp weitergeleitet in Telegram-Gruppen oder eben auf Instagram und Facebook und vor allen Dingen eben auch auf TikTok, dort eben auch die bewegten Bilder. Und es fehlt die kritische Auseinandersetzung mit dem, was da, mit diesen Botschaften, die kommen. Und da ist die Frage jetzt gar nicht nach politischer Bildung, sondern ist natürlich die Frage, wie weit sind die Medien, ist die Medienkompetenz erstens, aber entscheidenderweise. Und da müsste man auch nochmal einen Soziologen fragen, wie weit sind denn die jungen Menschen überhaupt bereit, die Botschaften, die sie bekommen, kritisch zu hinterfragen? Oder nehmen sie es einfach an, weil es viel bequemer ist. Es ist halt viel bequemer, sage ich mal, auch Stereotypen oder Vorurteilen zu folgen und sagen, ja, genau richtig. Und die nehmen, also dieses Wir und Ihr, wird da natürlich sehr stark gespielt. Und da ist einfach die Frage, wie hoch ist denn die Bereitschaft, das auch aufzunehmen? Oder eben, wie gering ist die Bereitschaft, sich wirklich auch kritisch mit solchen Botschaften auseinanderzusetzen und stattdessen eben lieber sich von Bots mit Argumenten auch füttern zu lassen? Also das ist, glaube ich, ist eine ganz schwierige Sache. Und ja, es ist hochmanipulativ. Und ich glaube tatsächlich, es ist auch eine Öffentlichkeit mittlerweile, also sozusagen an der Stelle auch in gewisser Weise eine Konkurrenz zur vierten Macht im Staat, nämlich der freien Presse. Das sehe ich schon, weil eben ganz viel der Informationen eben nicht mehr vom seriösen Journalismus gefüttert wird. Und ich sehe das als eine der ganz großen Gefahren, ehrlicherweise, weil ich habe das auch gemerkt, gerade auch im Zusammenhang mit Corona, als München ist bunt, waren wir ja sehr aktiv, sozusagen eine Gegenöffentlichkeit zu erstellen, gegen die Corona-Demonstrationen und haben da auch sehr viel, sind sehr viel ins Gespräch. Du kommst an die Menschen ja fast nicht mehr ran. Ja, das ist ja das große Problem. Und durch solche TikTok-Videos oder eben auf anderen sozialen Medien, die Bilder, die Botschaften, die da gesendet werden, die kannst du ja nur durch zehnminütige Erklärungen sozusagen auflösen oder eben widerlegen. Und da hört dir die Menschen nicht mehr zu. Das ist, wie ich finde, ein ganz, ganz großes Problem. Danke für die super spannenden Einblicke aus Ihrer Kampagne, Frau Wengertz. Frau Münch, weil Sie es vorhin angesprochen hatten, ist das gottgegeben, diese Landschaft der sozialen Medien, wie sie ist? Gibt es da, ist es in irgendeiner Form plausibel, darüber nachzudenken, Regulierungsansätze, Nebenbildungen? Also gottgegeben ist es sicherlich nicht, Herr Henkel. Wenn, dann ist es Hightech-Konzern gegeben und von entsprechenden natürlich auch marktwirtschaftlichen, privaten Interessen, Unternehmensinteressen. Die Frage der Regulierung, also ich habe die Befürchtung, ich bin keine Expertin, aber wir haben oft Expertinnen und Experten in der Akademie für politische Bildung. Und was ich da höre, ist, dass der Zug weitgehend abgefahren ist, dass wir die Sorge haben müssen vor sogenannten Lock-in-Effekten. Das bedeutet, dass wir im Grunde schon so viele Daten abgegeben haben, Daten, die auch für künstliche Intelligenz generiert werden, dass wir jetzt drohen können und sagen können, naja, wir wollen das regulieren, dass aber letztendlich die großen Firmen, von denen ja die allerwenigsten in Europa sind, sondern die meisten eben in den USA oder auch in China, vor allem ja auch TikTok in China, dass wir im Grunde in einer Abhängigkeit sind. Und wenn wir zu viel, also im Grunde Druck ausüben und regulieren wollen, zum Beispiel die Europäische Union, dann könnte relativ schnell erfolgen, dass es dann heißt, naja, dann seid ihr halt nicht mehr dabei, was natürlich nur eine theoretische Drohung ist, weil wir das nicht ertragen würden. Also insofern befürchte ich, dass wir hätten vor fünf Jahren regulieren müssen und dass es jetzt vermutlich eventuell zu spät ist. Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich ein optimistischer Mensch. Aber mit Blick auf dieses Thema hat mich ehrlich gesagt der Optimismus verlassen. Danke, Frau Münch. Jetzt ist Zeit für Interaktion. Wir nehmen jetzt mal eine Runde Fragen. Ich stelle Ihnen Sebastian Wiesnett, meinen Kollegen vor, der fleißig den Chat mitgelesen hat. Und wir hatten hier die Regel, die Fragen müssen an eine der Pendelnistinnen gestellt werden. Sebastian, hast du was für uns? Ich würde Sie alle bitten, wirklich die Frage zu nehmen, ein, zwei oder drei, je nachdem, wie viel er Sebastian für sinnvoll hält. Er ist schuld für das Clustern. Das heißt, wenn sich jemand nicht repräsentiert fühlt, dann wissen Sie, wer es war? Nein, ganz im Ernst. Wie war denn die Diskussion im Chat? Ja, wir haben schon einige Fragen. Es war jetzt auch schwierig, die dann wirklich so zusammen zu clustern. Vor allem, wenn man eine Person. Ich würde es eigentlich gleich aufgreifen. Ich habe gerade über die Medienlandschaft diskutiert und würde einen Beitrag einer Jugendsozialarbeiterin aus Niederbayern aufgreifen, die über die U18-Wahl berichtet hat. Er meinte, das war sehr erschreckend und dass eben die sozialen Medien eben aus dem Leben der Jugendlichen und Kinder auch nicht mehr wegzudenken sind und hat eben die Frage an Professor Münch gerichtet, was eben Sie und Ihre Kolleginnen vor Ort dort konkret tun können, eben unter dem Stichwort, außerschulische politische Bildung. Direkt dazu. Dankeschön. Also, ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir im Grunde eine einigermaßen stabile Verortung der Leute brauchen, vor allem der Jüngeren. Also, im Grunde so ein gewisses Grundreservoir an Verständnis, an Wissen, das fände ich erforderlich. Also, insofern landen wir schon wieder bei der politischen Bildung, um nicht jedem Quatsch anheimzufallen. Aber letztendlich muss ich sagen, ich meine, wir haben jetzt ganz viel dazu gehört, warum die Jüngeren dafür vielleicht auch anfälliger sind. Frau Küpper hat es auch dargestellt. Aber ich meine, was nutzt es mir, den Jüngeren quasi Vorhaltungen zu machen, wenn die mittlere Generation oder auch die Alten sich genauso ignorant verhalten. Also, insofern, wir sind mit Lehrkräften konfrontiert, die im Grunde gar nicht mehr wissen, was eigentlich und auch nicht einordnen können, was klassische Medien eigentlich für eine Aufgabe haben. Wir sind mit Lehrkräften konfrontiert, die ebenfalls diese Behauptung wiederkauen, quasi im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da würde morgens der Bundeskanzler oder das Bundeskanzleramt anrufen und denen sagen, was sie senden sollen. Also, wie sollen Menschen, die im Grunde dann auch da selbst auch als Lehrende ziemlich große Defizite haben in ihrer Medienbildung, in ihrem Medienverständnis, wie sollen die eigentlich noch darauf aufmerksam machen, wie wichtig es auch ist, dass Informationen geprüft werden, gefiltert werden, auf Relevanz geprüft werden. Also, insofern brauchen wir nicht nur eine politische Bildung für die Schülerinnen und Schüler, sondern wir brauchen ganz massiv ein viel besseres mediales Verständnis auch von Lehrkräften. Danke, Frau Münch. Sebastian, vielleicht eine zweite Frage, aber schon an die nächste Person. Ich fürchte, wir schaffen nicht mehr als drei. An Frau Küpper eben dann weitergeführt die Frage, weil es darum ging, dass eben CSU-Freiwähler an AfD ihre, die meisten Stimmen vor allem in der Fläche erhalten haben und eben die Fläche doch sehr empfänglich für Populismus und Hass erscheint, ob da nicht mehr angesetzt werden müsste und Herr Piazzolo, also der bayerische Kultusminister, eben angekündigt hat, seine Lehre in Bayern zur Aufklärung der unter 20-Jährigen aufzurufen und das eher als Feigenblatt für unsere Frage erscheint, ob da nicht eigentlich viel mehr auch in der Fläche passieren müsste. Ja, wie gesagt, ich hatte, also es ist ein widersprüchliches Ergebnis. Das, was wir an den Wahlergebnissen und auch aus ihren eigenen Erfahrungen und Beobachtungen haben und von vielen anderen Aktiven einerseits und was die Einstellung betrifft, können wir das für die Fläche so in diesem Unterschied zur Stadt gar nicht so sehr nachvollziehen. Da muss also noch ein Prozess sein, der dazwischen liegt, der also bei den Einstellungen auf dem Land sind ziemlich ähnlich wie in der Stadt. Eine Begründung, warum das bei den Wahlergebnissen anders aussieht, kann natürlich tatsächlich auch nochmal durch das nähere Kennen sein. Also das ist aber jetzt nur eine Hypothese, dass man auf dem Land sich eher kennt und wir wissen das beispielsweise auch von Politikern der AfD, die dann gewählt werden, dass dann gesagt wird, ja, aber den kennen wir ja, das ist ja ein angesehener, ich weiß nicht, Handwerksmeister oder sonst irgendwas oder Unternehmer in dem Bereich, in der Region. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich tatsächlich kennt oder vielleicht sogar zusammen zur Grundschule gegangen ist oder verschwägert ist, ist auf dem Land möglicherweise nochmal höher, sodass dann auch über diese persönliche Beziehung, und das kennt man ja, der ist ja gar nicht so schlimm, wir eine Zustimmung, eine andere Wahlzustimmung sehen, als wir das in den Einstellungen haben. Also das ist jetzt nur eine Hypothese. Das ist sozusagen ins Blaue hineingesprochen. Wir haben ja noch ein anderes Phänomen, was hier auch Jan als Frager, wenn ich das mal aufgreifen darf, von meiner Seite aus anspricht, was auch nochmal zu einer gewissen Irritation führt. Sie haben angesprochen, Jan, dass auf der einen Seite, dass sehr viele Versprechen von der Ampel, also die Bertelsmann Stiftung sagt, bereits jetzt hat die Ampel ein knappes Drittel ihrer Versprechen bereits erfüllt. Das ist oder ein Teil ist sogar noch teilweise erfüllt und noch mehr sind dann zusätzlich im Prozess. Das heißt, es ist ja eigentlich gar kein so schlechtes, ich sag mal, Tun. Interessant ist, dass offenbar das faktische politische Tun relativ wenig mit dem zu tun hat, was erstens so gesagt wird, medial, das würden jetzt vielleicht die Medienforscherin nochmal bestätigen, aber offenbar auch, was in den Einstellungen eine Rolle spielt. Und ich würde immer gerne, ich würde gerne die Frage stellen, auch angesichts der politischen Lage, warum wir eigentlich annehmen, dass Fakten etwas, irgendetwas zu sagen haben für den politischen Raum. Also so wichtig, wo politisches Handeln ist. Aber warum glauben wir, dass wenn wir faktisch etwas ändern, und hier, Jan, Sie hatten gesagt, da ist ja schon viel gelaufen eigentlich an Versprechen, die Leute trotzdem nicht zufrieden sind, dass, also mit Fakten kriegen wir Populismus nicht eingefangen, weil der hat wenig mit Fakten zu tun und ganz viel mit Gefühl. Das heißt, ich halte es für einen großen Irrtum, ich weiß auch gar nicht, woher diese Annahme kommt, dass wenn man irgendetwas an Fakten ändert, man damit in der politischen Landschaft etwas ändern würde. Also wenn wir jetzt eine Asylgesetzgebung ändern, das kann man aus, ich will jetzt nicht die Asylgesetzgebung diskutieren, das kann man aus anderen politischen Überlegungen oder Herausforderungen tun, aber nicht, weil man meint, hat man den Populismus und die Wahlrechte auf Rechtsaußenparteien eingefangen. Das halte ich für einen großen Irrtum. Und ich habe auch die Logik noch nicht verstanden. Und jetzt versuche ich, das zusammenzubinden. Wie kriegen wir auf der einen Seite, haben wir auf dem Land engere Beziehungen und vielleicht auch ein Sehen in Faktisches einerseits? Andererseits haben wir aber über die Beziehung vielleicht auch eine andere Einschätzung von Faktischem. Vielleicht spielt auch das Faktische gar nicht so sehr eine Rolle. Wir waren ja vorhin bei den Social Media, wo wir eben wissen, da geht es ganz wenig um Fakten. Also ich finde, das ist nochmal etwas unaufgelöst und ich würde interessieren, was die anderen beiden dazu sagen. Also ich würde ganz kurz den Unterschied oder warum hat man auf dem Land mehr gegen die Ampelparteien gestimmt. Also das hat meines Erachtens sehr wohl mit schlicht und ergreifend dem Stichwort Heizung zu tun. Städter haben bekanntlich keinen eigenen Heizungskeller. Dieses Thema hat viel mehr Bedeutung gehabt. Es gibt natürlich auch noch andere Themen. Auch das Thema Corona spielt auf dem Land, wo nicht nur in Niederbayern die Rebellen eher zu Hause sind als in der Stadt, hat eine größere Rolle auf dem Land gespielt. Also die Kombination Heizung Corona erklärt meines Erachtens einiges. Auf dem Land haben Leute aber auch Sonnenkollektoren auf ihrem Carport. Das ist ja auch nochmal interessant. In der Stadt haben die nämlich gar keinen. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir den Blick nach vorne richten. Es kam eine Nachfrage, habe ich jetzt auch gerade nochmal im Chat gesehen. Wo sollen wir denn landen, wenn wir nicht bei der politischen Bildung landen sollen in der Diskussion? Wo denn dann? Was können wir tun vor Ort? Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt einmal gemeinsam nach vorne gucken. Ich würde Sie alle bitten, nochmal eine Frage zu beantworten im Publikum. Das ist die gleiche Frage wie vorhin für Deutschland. Wir schauen jetzt auf Bayern. Sehen Sie in diesem Rechtsruck in Bayern jetzt in Ausreißer? Die bayerische Demokratie ist grundsätzlich in Ordnung. Ist es eine vorübergehende Schwächung oder ist es eine Gefährdung der Demokratie in Bayern in ihrem Wesenskern? Auf dem Panel können Sie mitlesen, wie die Antworten sind. Und dann würde ich die Umfrage auch gleich veröffentlichen. Wir haben jetzt über zwei Drittel Teilnahme und das Bild verändert sich nicht mehr sehr. Darf ich Ihnen zeigen. 70 Prozent sagen, es ist eine Gefährdung der bayerischen Demokratie in ihrem Wesenskern, dieser Wahlkampf. Jetzt haben wir aber gerade darüber gesprochen, dass es ja schon Sondereffekte gab. Die schlechte Performance oder die Wahrnehmung einer schlechten Performance der Bundesregierung, Heizungsgesetz. Vielleicht hätte das ja auch anders laufen können. Von daher die Frage an Sie drei. Wenn Sie nach vorne schauen, wie bewerten Sie es? Wie schlimm ist der Schaden? Also wenn ich kurz antworten darf, ich sehe das tatsächlich nicht ganz so dramatisch. Ich sehe Bayern jetzt zum Beispiel im Vergleich, wo ich mir richtig Sorgen mache, ist für die Europawahl und für die Landtagswahlen in Ostdeutschland nächstes Jahr. Ich sehe tatsächlich gewisse dieser Sondereffekte, auch mit Blick auf das Thema Aiwanger, das Thema Solidarisierungseffekte, mit Blick auf das Flugblatt. Also insofern sehe ich da nicht so eine große Dramatik. Bayern stellt sich auch wirtschaftlich besser. Das spielt eine große Rolle. Insofern ja, Bayern ist aber gleichzeitig eben auch konservativer als andere Teile der Republik. Also insofern da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Aber ich wäre jetzt nicht ganz so negativ wie in dem Umfrageergebnis und nicht ganz so pessimistisch wie im Umfrageergebnis zum Ausdruck kommt. Frau Köpper, Frau Wengert, Sie selbst erfüllende Prophezeiungen? Also ich bin da tatsächlich schon etwas skeptischer. Vielleicht auch, weil, sage ich mal, ich schon auch oder meine persönliche Erfahrung schon auch ist, gerade eben, ich komme noch mal zurück auf Corona und auf die Demonstrationen, die es ja in München sehr stark gab. Und im Übrigen, das kriegt nur wenige mit, aber die Corona-Leugner sind immer noch in der Lage, wöchentlich rund drei bis 500 Leute auf die Straße zu bringen, die bei irgendwelchen Montag-Demos noch mitmachen. Also das ist schon, mag man sagen, bei 1,6 Millionen, was sind da 500 Leute? Aber diese 500 Leute interagieren halt auch sehr stark mit ihrem sozialen Umfeld. Und ich finde es schon bezeichnend, dass in so eine lange Zeit die Menschen immer noch quasi jede Woche einmal demonstrieren gehen. Das zeugt schon davon, dass da mindestens eine hohe Frustration oder zumindest eine hohe Energie drinsteckt. Und die Entwicklung in den letzten Jahren zeigt mir schon, dass eben immer mehr Menschen kritisch gegenüber unserer Politik, unserer Demokratie und auch gegenüber den Politikerinnen und Politikern ist. Und das macht es für mich so gefährlich, weil die Menschen sich eher bestätigt sehen in ihrer Kritik durch politisches Handeln oder wenn mal was nicht klappt. Und dass sich dadurch einfach dieses kritisch sein und dem nicht mehr zutrauen, dass es sozusagen zu Lösungen kommt, dass sich das verfestigt. Und das, glaube ich, ist schon ein Aspekt. Und Bayern mag noch mal ein anderer Fall sein durch eine doch sehr starke freie Wähler und durchaus auch nach wie vor einer CSU, die sagt, rechts von uns sollte und darf als keine politische oder keine demokratische, demokratisch legitimierte Partei geben. Wenn ich mir umgekehrt Prognosen anschaue, zum Beispiel für Sachsen-Anhalt, wenn ich da sehe, dass die AfD zurzeit die, die stärkste, die stärkste Partei ist, nach den Umfragen und dann kommt gleich die CDU und dann kommt lang, 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 lang nichts und alle anderen zusammen machen das letzte Drittel aus, dann muss man schon, glaube ich, sagen, es kann schon sein, dass diese rechten Einstellungen tatsächlich sich verankern in den Menschen und dadurch sehe ich schon eine große Gefahr. Danke, Frau Wengertz. Höchste Zeit für die Schlussrunde. Ja, also wenn ich das auch noch mal ergänzen darf, ich mache mir insofern schon ein wenig Sorgen, denn was, ich sage jetzt mal, wir wissen bei jeder Lehrerin, die 30 Schüler hat, wenn wir auf die zwei, drei Schreihälse schauen, die viel Molli machen, dann führt das dazu, dass die anderen irgendwann keine Lust mehr haben, dass sie sich frustriert abwenden. Und wir dürfen ja bei all dem nicht vergessen, wir haben die vielen, viele, die große, große Mehrheit, die in den letzten Jahren, muss man ja sagen, gerade auch in Bayern beispielsweise sich für gefürchtete Menschen eingesetzt hat. Die sind nicht auf die Straße gegangen und haben protestiert, die haben nämlich gerade Deutschkurse gegeben, die sich ehrenamtlich oder auch professionell für andere Menschen engagieren, die im sozialen Bereich unterwegs sind, die sich vielleicht auch für Umweltschutz, also wir haben so viele Menschen, die das Land tragen und die Gesellschaft tragen und die brauchen wir. Die mitgezogen sind, auch bei Corona, nicht immer total überzeugt bei jeder Maßnahme, manchmal ein bisschen Zähne knirschen, vielleicht auch schon mal ein bisschen geschummelt, aber im Großen und Ganzen gesagt haben, ja, wir sehen schon ein, dass das irgendwie wichtig ist und wir ziehen mit, wie bei anderen Themen auch. Das können wir auch für Energiewende sehen, das können wir für alle, für viele Themen sehen. Und diejenigen, die brauchen wir, die tragen das Land und das sind die große, nach wie viel die große Mehrheit, die sich eben nicht rechtsextrem positioniert. Im Gegenteil, denen das auch große Sorgen macht. Und wenn wir jetzt eine Politik haben, die hinter den, ich sage das jetzt mal bewusst provokant, hinter den Schreihelsen herrennt, dann fühlen die anderen sich, irgendwann wenden sie sich frustriert ab. Und das ist für mich die eigentliche Gefahr. Und wir haben mit der, ich hatte es am Anfang gesagt, wir haben mit den fast 75 Jahren Grundgesetz viel Erwartungshaltung auch auf gehört werden und auf ernst genommen werden. Und wir, das wäre aus meiner Sicht wichtig, was wir vergessen haben, ist parallel dazu, demokratische Kultur zu entwickeln. Und wenn wir so einen Wahlkampf jetzt sehen, wie in Bayern geführt ist, dann sehen wir das, was wir aus anderen Ländern kennen, auch einen Verlust von zivilisierter demokratischer Kultur, denn das ist ja eine hochzivilisatorische Leistung, sich nicht gegenseitig tot zu schreien und auf den Kopf zu hauen, sondern das in kultivierter, zivilisierter Form unterschiedliche Positionen, Interessen auf dem Spielfeld der Demokratie auszutragen und gleichzeitig zu sagen, hier ist das Spielfeld aber auch zu Ende, hier ist Ende im Gelände. Das ist nicht mehr im Sinne des Grundgesetzes, das ist nicht mehr demokratisch und das ist auch aus ethischen Gründen, das ist ja nicht nur eine rechtliche Frage, sondern auch eine ethische Frage, zu sagen, das ist eine Gesellschaft, in der wir leben wollen und das so aber nicht, das hatten wir schon mal und ich glaube, das wäre für mich, das macht mir Sorgen, dieser Verlust an demokratischer Kultur, den wir auch mühsam nun aufgebaut haben in der Bundesrepublik, das ist das eine, das hingucken auf die 20 Prozent, die laut brüllen und vergessen die vielen, die dabei mitziehen und die dürfen wir nicht vergessen, weil die, ich wiederhole das nochmal, das Land tragen, ein bisschen macht mir Hoffnung, dass wir nach wie vor hohe Werte haben an Menschen, die sich ganz klar demokratisch positionieren und die auch sagen, wir brauchen Solidarität mit Schwächeren, die jetzt in Zeiten von Krisen vielleicht nicht aus unterschiedlichen Gründen alleine da durchkommen, was aber nicht heißt, dass wir das nicht trotzdem beherzt miteinander angehen können. Sie haben das in einem Interview mit der Tagesschau gesagt, also die Menschen ernst nehmen und in Verantwortung, im Guten wie im Schlechten, das ist dieser Punkt. Genau und aufpassen, dass wir uns die so wichtig Kritik für Demokratie ist, uns die Demokratie nicht kaputt kritisieren oder kaputt schreien, dann zerbröselt sie uns zwischen den Händen. Ernst nehmen bedeutet, Menschen eher Bürgerinnen und Bürger als Partnerinnen auch sehen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Teil an politischer Kultur, den wir in diesem Land etwas unterentwickelt haben. Also weniger paternalistisch, wir sorgen für eure Sicherheit, wir sorgen, dass ihr keine, dass ihr möglichst unbehelligt, wir haben einen Krieg vor der Haustür von in der Ukraine, aber wir wollen da möglichst nicht von behelligt werden, also weniger paternalistisch mehr als Partnerinnen und Partner, die vielen Menschen, die ja Kompetenzen haben, die können haben, die wollen haben, sehen und gleichzeitig diejenigen, die auf der Straße laut brüllen und antidemokratische Dinge von sich geben, auch die ernst nehmen, denn das sind politische Äußerungen, das ist nicht irgendwie aus Versehen, das sind politische Äußerungen und da muss man auch diese Menschen fragen, in welcher Gesellschaft möchtet ihr leben? Danke, Frau Köpper, das war schon ein Schlussstatement. Frau Wengerz, wer sollte was dazu beitragen, die Demokratie in Bayern zu stärken? Ja, also politische Bildung ist, glaube ich, tatsächlich trotz alledem, ich glaube, zu dem Schluss sind wir ja heute doch auch gekommen, ein wirklich wichtiger Pfeiler. Ich glaube aber auch, wir leben ja in einer repräsentativen Demokratie, einer Parteiendemokratie, ich glaube, und sehe auch die Parteien in der Pflicht. Mein Eindruck ist, dass man an manchen Stellen eher den politischen Diskurs mit dem politischen Gegner sucht, aber nicht die Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern, weil man nicht mehr unbedingt ihre Sprache spricht. Das ist mein Eindruck, den ich auch gerade in den letzten Wochen und Monaten nochmal verstärkt bekommen habe. Es fehlt uns oft die Anknüpfung an, wie man so schön sagt, die Frau oder den Mann auf der Straße. Und da müssen wir, glaube ich, wieder hin. Das ist, ich weiß zumindest aus meinem politischen Umfeld, dass man sich da schwer Gedanken macht, dass man an manchen Stellen sogar in einer gewissen Ratlosigkeit ist, wie man das denn bewerkstelligt. Aber es ist zumindest in Teilen, ist es klar geworden, nur in dem Kontakt, und zwar in dem persönlichen Kontakt mit den Menschen und sozusagen ihnen zuzuhören und sie einzubinden. Letztendlich, glaube ich, können wir auch unsere Demokratie wieder stärken. Ein Teil der Straße hat, glaube ich, das Gefühl, dass es sehr gut, dass er sehr gut verstanden wird und dass es durchaus Repräsentanten gibt, die sie verstehen. Das ist gar nicht so klein. Also ich glaube, es bezieht sich nur auf einen Teil des politischen Spektrums. Ich glaube, es geht, es wäre, glaube ich, unfair vorzuwerfen, dass Herr Aiwanger vorzuwerfen, dass er nicht versteht, wie die Bayern ticken würden. Den Vorwurf hätte ich ihm jetzt auch nicht gemacht, sondern es ist tatsächlich, ja, ich glaube, er versteht nur, wie ein Teil der Bayern tickt. Also davon mal abgesehen. Aber Populismus heißt nicht immer, dass man versteht, wie die Menschen ticken. Ich will es ihm jetzt nicht absprechen, aber ich glaube, ich will auch nicht sagen, dass nur die freien Wähler oder der Herr Aiwanger weiß, wie die Bevölkerung tickt. Aber mir fehlt tatsächlich sehr, sehr häufig das Gefühl bei den Menschen. Die Politik will ja von uns gar nichts mehr wissen. Sie hört uns nicht zu und sie bindet uns nicht ein. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Frau Münch, was sagen Sie? Wer sollte was besser machen? Ich stimme Frau Küpper und Frau Wendgertz in ihren Analysen zu und möchte aber noch einen Punkt hinzufügen. Es geht natürlich auch darum, dass Menschen nicht nur in Krisen erwarten, dass Politik handlungsfähig ist. Also diese Handlungsfähigkeit der Politik ist meines Erachtens das A und das O. Also wenn wir den Eindruck, wenn Populisten, wenn Extremisten diesen Verdacht schüren können, dass der Staat die Politik nicht handlungsfähig ist, dass der Staat ohnmächtig ist, das ist das Einfallstor, durch das man mit ganz, ganz großen Gruppen hinein marschieren kann. Also insofern politische Bildung ist was Schönes und natürlich was Wichtiges, da wäre ich die Letzte, die das negieren würde. Aber die beste politische Bildung kann schlechte Politik oder unzureichend, als unzureichend wahrgenommene Politik nicht ausgleichen. Also insofern ist eine ganz große Verantwortung bei unseren politisch Verantwortlichen. Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eine wunderbare Diskussion. Es hat sehr viel Freude bereits, sehr viel Spaß gemacht. Toll, dass Sie da waren. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken dafür, dass Sie hier dabei waren, sich beteiligt haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollten, was es von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bayern gibt, melden Sie sich gern bei unserem Newsletter an. Ich bin hier auf der Homepage und auch einen Link hier im Chat. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Schönen Abend. Ich bin hier auf der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich frage nach, ob ich mich verabschieden darf, Herr Henke.